Herzlich willkommen, der Friede und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit dir. Herzlich willkommen auf Hakika TV. Schön, dass du hier bist mit einem besonderen Video, mit einem besonderen Gast, nämlich mit Dr. Heinrich Kehler. Und Dr. Heinrich Kehler hat tatsächlich ein Thema sich damit beschäftigt, Thema tatsächlich Trinität. Er hat seine Doktorarbeit über Trinität geschrieben. Und dann haben wir gesagt, es ist gut, mit ihm ein paar Punkte zu sprechen, wie oft die Trinitätslehre angegriffen wird. Und wir wollen über die kritischen Punkte der Trinität reden und euch zeigen, dass die Trinität biblisch ist. Erstmal, wie geht es dir? Mir geht es soweit ganz gut. Dankeschön. Es freut mich. Und du hast deine Doktorarbeit über Trinität geschrieben. Und das war ja so eine Gebetserhöhung, dass ich endlich so jemanden kennenlernen dürfte, Frage ist, warum? Wie kommt man dazu, dass man eine Doktorarbeit, fast 300 Seiten, über nur Trinität schreibt? Nun, im Studium kann man sich ja mit vielen Dingen beschäftigen. Und da kann man sich spezifischen Themen widmen, wie Lehre der Erlösung, Lehre der Gemeinde. Und da gibt es viele interessante Topics. Aber ich dachte mir, warum sich nicht ganz direkt mit Gott zu beschäftigen? Nicht nur das, wie wir Gott gegenüberstehen, sondern Gott selbst. Und das war für mich nochmal ein ganz besonderer Wert, zu sagen, ich wage mich an Gott selbst heran. Das war ein Stück weit Überwindung. Und da die Lehre der Trinität hat mich erst einmal gar nicht so fasziniert. Aber im Studium hatte ich dann ein Fach extra Trinität. Und ich habe es nur genommen, weil mein Betreuer, der dann meine Masterarbeit betreuen sollte, dieses Fach unterrichtete. Aber das Fach hat mich so ergriffen, weil hier mir Gott selbst ein Stück weit klarer wurde. Und so begann ich mich mit dem Thema immer mehr zu befassen. Meine zweite Masterarbeit ging noch eher um Ekklesiologie, um die Lehre von der Gemeinde und wie sie heutzutage inmitten der Postmoderne existiert. Aber dann in der Promotionsphase habe ich mich tatsächlich ganz der Trinität gewidmet. Und habe dann mich auf einen Theologen, Stanley Grans, in den USA einbegriff, habe mich mit ihm beschäftigt, wie er die Trinität gesehen, verarbeitet hat. Er war der Schüler von Wolfhard Pannenberg. Also er hat es unter Wolfhard Pannenberg promoviert. Naja, und man muss sich ein Topic suchen. Und so anstatt sich jetzt im Allgemeinen mit der Trinität zu beschäftigen, man muss sich in der Doktorarbeit ziemlich auf etwas fokussieren. Und so fokussierte ich mich auf Stanley Grans und wie er die Trinität gesehen hat. Aber der Mehrwert war natürlich, dass ich viel über die Trinität forschen durfte und somit auch viel dazugewinnen konnte, abseits der Erkenntnisse, die ich dann in der Dissertation verfasst habe. Ja, liebe Zuschauer, ihr habt gesehen, dass wir jemanden, einen besonderen Gast haben, der spezifisch nur Thema Trinität jahrelang sich damit beschäftigt hat und sogar fast 300 Seiten eine Doktorarbeit darüber geschrieben hat. Und heute möchten wir über viele verschiedene Sachen über der Trinität reden. Wir wollen heute über das logische Problem der Trinität reden. Gibt es ein logisches Problem? Ist es ein Mysterium? Und so weiter. Wir möchten über das biblische Problem der Trinität reden. Und gibt es ein biblisches Problem? Es gibt Versen, die mal sagen, gesagt wird, hey, das ist genau gegen Trinität. Jesus kann nicht Gott sein aus dem Grund, aus dem Bibelstelle. Und wir wollen über das historische Problem der Trinität reden. Historisches Problem wird immer die Aussage gesagt, die Trinität war im 1., 2., 3. Jahrhundert gar nicht da. Die Trinität war gar nicht so wichtig. Dann kam es durch Konzil von Nizier. Und darüber möchten wir sprechen. Und welche Kirchenvätern haben auch die Trinität gut verstanden und erklärt. Und darüber möchten wir mit Heinrich heute sprechen. Lieber Heinrich, ich habe ja das erste Teil, das logische Problem der Trinität kurz erwähnt, was ich damit meine. Wie ist die Trinität zu verstehen? Gibt es ein logisches Problem? Und ich erkläre mal kurz, wie die Trinität zu verstehen ist. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Der Vater ist nicht der Sohn, der Vater ist nicht der Heilige Geist und der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Aber es existiert ein Gott. Das sind sieben Prämisse, die man sagt, Vater ist Gott, Sohn ist Gott, Heiliger Geist ist Gott. Aber es existiert nur ein Gott. Das heißt, wir haben drei Isser-Aussage, aber es existiert ein Gott. Wie ist das zu verstehen? Nun, erst einmal müssen wir sagen, dass wir hier tatsächlich nach menschlich logischen Maßstäben ein logisches Problem haben. Denn das widerspricht sich nach menschlicher Logik. Wie kann etwas drei und doch nur eins sein? Drei und eins, das kann nicht gleichzeitig sein. Entweder drei oder eins. So ist unsere menschliche Logik. Nun müssen wir aber bedenken, dass wir in der Schrift von einem Gott reden, der uns geschaffen hat. Der uns mit unserer Logik geschaffen hat. Das heißt, unser logisches Verständnis, unser Logikbegriff ist uns von unserem Schöpfer hineingelegt worden. Aber er selbst lässt sich nicht durch Logik messen. Wir können keinen logischen Maßstab an Gott legen. Denn wenn wir Gott logisch erfassen könnten und erkennen könnten, dann wären wir Gott. Nur Gott kann sich selbst erkennen. Wir Menschen, wir können nur mit den Instrumenten Gott erkennen, die der Schöpfer uns hineingelegt hat. Dabei ist es aber selbstverständlich, dass der Schöpfer höher ist als sein Geschöpf. Der Schöpfer ist ewig. Gott ist ewig. Wir sind begrenzt. Wir haben einen Anfang. Und somit ist das, was der Schöpfer in uns hineingelegt hat, unsere Brille, durch die wir alles beobachten, beurteilen. Wenn wir aber den Schöpfer beurteilen, dann geraten wir mit unseren logischen Maßstäben an die Grenze. Und hier müssen wir mit hinein in Erwägung ziehen oder wir sollten es zwingend mit berücksichtigen, dass der Schöpfer sich nicht unserer Logik unterwirft. Er ist und bleibt der Schöpfer, der uns geschaffen hat. Und somit, wenn wir Gott in der Bibel sehen, wie er sich offenbart, dann ergeben sich diese Tatsachen, die du gerade eben genannt hast, die übrigens Athanasius so auch formuliert hat. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Erklärung der Trinität, sondern eine Beobachtung, wie Gott sich offenbart. Erklärung wäre ja bis zur letzten Konsequenz, es darzustellen, die logischen inneren Verknüpfungen. Dazu sind wir nicht in der Lage. Aber wir können erkennen, wer Gott ist. Und da sind diese Dinge, die du genannt hast, wahr. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Geist ist Gott. Die drei sind voneinander zu differenzieren, aber nicht zu trennen. Und wir haben einen Gott, nicht drei Götter. Ein Gott, der Vater, der Sohn, der Geist, ein Gott. Und diese Tatsachen, die sehen wir in der Schrift. Und somit ist das ein göttliches Mysterium. Das können wir logisch nicht erklären. Das sahen auch die Kirchenväter. Und ihr Ziel war es, mit einem Bekenntnis nur darzustellen, woran wir glauben. Nicht zu erklären. Zu sagen, daran glauben wir. Und warum glauben wir? Nicht, weil es logisch erklärbar ist, sondern weil Gott sich so in der Schrift offenbart. Und wir nehmen das an. Wir nehmen das an, wie Gott sich offenbart. Das ist so der Startpunkt in diese trinitarische Diskussion. Es ist interessant zum Beispiel auch, dass Muslime sagen, es ist Tauhit, nennt man das Begriff, dass Gott einer ist. Und tatsächlich, wenn man sagt, Gott ist einer, dann ist es mit menschlicher Vorstellung zu begreifen. Ich bin einer, Gott ist einer. Ich glaube, Gott, Muslime müssen auch glauben, dass Gott viel größer ist. Und Gott nicht verständbar ist in dem Punkt, dass man sagt, ich verstehe alles, wie Gott ist. Wie Dr. Jung mal gesagt hat, wenn wir Gott verstehen, dann ist er nicht mehr Gott. Und das würde ich auch absolut so sehen. Und die Frage ist, ist die Trinitim als Mysterium? Aber ein Mysterium darf nicht widersprichtig sein. Wie würdest du dieses Mysterium so verstehen und die Zuschauern erklären? Ja, also das Mysterium heißt, dass es einerseits unsere Logik sprengt oder übertrifft, andererseits in sich Sinn macht. Und jetzt nicht mit logischen Maßstäben, sondern in dieser Sinnhaftigkeit sich nicht widerspricht in direktem Sinne. Nicht, dass auf einmal der Sohn über den Vater sagt, er ist nicht Gott. Also diesen Widerspruch, den finden wir dort nicht. Aber es ist ein Mysterium, wo wir zugeben müssen, weil wir hier über Gott selbst reden, dass das unsere Logik übersteigt, aus den eben genannten Gründen. Und so haben wir ein Mysterium, das in sich Sinn macht. Denn wir sehen, dass der Vater, also warum kommen wir zu diesen Schlussfolgerungen, dass der Vater Gott ist, der Sohn Gott ist, dass der Geist Gott ist. Nun, weil sie alle drei Dinge tun, die nur Gott tun kann. Und gleichzeitig haben wir den Monotheismus, der in der Bibel durchgezogen ist bis zum Ende und wir nur an einen Gott glauben. Gleichzeitig offenbart er sich uns als Dreiheit. Und das ist das, was dann bei uns erstmal so für unwohl sorgt im rationalen Sinne. Und damit hatten die Juden auch ein Problem. Wie kann es sein, dass hier jemand vor ihnen steht, Jesus Christus, der die Taten tut, die Gott nur tun kann und er von einem Vater im Himmel spricht. Deswegen der Vorwurf der Gotteslästerung. Aber die Jünger und viele anderen erkannten, die Dinge, die der Sohn tut, kann nur Gott tun. Und gleichzeitig spricht er von einem Vater im Himmel, zu dem er auch betet. Und somit haben die Jünger zum ersten Mal den Eindruck, in Gott sind mehr als nur eine Person. Denn Jesus spricht vom Vater und später spricht er auch vom Heiligen Geist. Und somit sehen wir da, dass auch die Juden da über ihren Schatten springen mussten. Aber es wurde im Nachhinein doch klar, dass sie ihren Monotheismus nicht an den Nagel hängen mussten. Und dass dies nicht dem Monotheismus widerspricht. Denn sonst würden ja Paulus oder die Jünger und Paulus das komplette Alte Testament an den Nagel hängen und ablehnen müssen und sagen, jetzt haben wir drei Götter. Nie der Fall gewesen. Vielmehr wird das Alte Testament bis zum Schluss der Bibel als gottesverbindliches Wort gesehen und der Monotheismus aufrechterhalten. Gleichzeitig sprach man von dem Vater, dem Sohn und dem Geist als Gottheiten oder Gottes Persönlichkeit innerhalb dieses eines Gottes. Das heißt, die Jünger und Paulus, das waren Juden und das Alte Testament gut verstanden haben und keinen Widerspruch gesehen haben mit dem Leben Jesu und ihn als Gott anzunehmen und anerkennen. Ja, genau. Und vielleicht darf ich hinweisen, es gibt da ein Buch von Richard Borkham und der hat das nochmal genau analysiert, wie das Ringen der Jünger war mit dem Monotheismus, während sie den Sohn Gottes vor sich sahen, der Gottes Werke tut. Und das ist ein ganz nützliches Buch in dieser Hinsicht. Okay, dann das weitere Punkt. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei Personen, aber ein Wesen. Das kann man nicht das identische Wesen sein, aber nicht die Person. Zum Beispiel, dem Beispiel, was ein Muslim mal gebracht hat. Ein Stift ist ein Wesen, aber keine Person. Aber eine Person ist immer ein Wesen. Das heißt mit anderen Wörtern, wir haben drei Personen, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Aber es ist ein Wesen. Warum nicht drei Wesen? Wie kann man das Wort Persona verstehen, das Wort Wesen und was denkst du darüber? Wir müssen gucken, wie wir den Wesensbegriff definieren. Was ist ein Wesen? Und das spielte schon besonders im vierten Jahrhundert bei den Kapadocian eine große Rolle. Und von unserem Verständnis gehen wir hier so vor, dass wir uns als Personen immer getrennt verstehen. Ich bin eine Person, du bist eine Person. Der Kameramann ist eine Person. Und wir können Personen nur so denken, dass da eine konkrete Trennung ist. Und wenn wir vom biblischen Personenbegriff oder eher gesagt vom Personenbegriff, wie ihn die Kirchenväter definierten, hergehen, dann haben sie darin einen Raum gesehen, der es hergab, dass Personen nicht komplett getrennt wurden. Zumindest, wenn sie über die Dreieinheit sprachen. Hier haben wir das Problem, wie arbeiten wir in dieser Hinsicht mit menschlichen Begriffen? Weil Sprache ist menschlich, Sprache ist Geschöpf Gottes. Wie benutzen wir Begrifflichkeiten, um über Dinge zu sprechen, die Gott selbst beschreiben? Und hier stoßen wir immer an gewisse Grenzen. Und so rangen die Kirchenväter nach Begriffen, wie können wir die Dreieinheit und Einheit Gottes darstellen, nicht erklären, sondern darstellen, zu sagen, was wir meinen. Und hier sagten sie, okay, Persona oder Hypostasis in Griechisch, das ist die Persönlichkeit. Usia ist das Wesen und hier kamen die kapadolzischen Kirchenväter und trennten diese beiden an sich sonst synonymen Begriffe und haben vorgeschlagen, kommt, lass uns doch konzeptuell diese Begriffe trennen und Usia für das Wesen zu gebrauchen und Hypostasis für die Personen. Und so gelangten sie zu einer Formulierung, die meiner Ansicht nach sehr hilfreich ist. Menschlich, sprachlich, fehlerhaft und trotzdem geeignet, um von Dingen zu sprechen, die das darstellen, wie Gott sich in der Bibel offenbart. Und so erschien ihnen folgendes Bild. Die Hypostasis, die Persönlichkeiten, die fließen ineinander über. Wir können Gottes Dreiheit nicht voneinander trennen. Und deswegen diese Betonung in Athanasia und schon später im Beginn von Konstantinopel, dass diese drei nicht untrennbar sind, aber zu differenzieren sind, zu unterscheiden. Aber sie fließen in gewisser Weise jeder in den anderen über. Das heißt, wir können in Gott selbst nicht trennen. Hier hört der Vater auf und hier hört der Sohn auf. Es gibt immer eine gewisse Schnittmenge. Und deswegen sagt Jesus, der Vater ist in mir und ich bin im Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater im Johannes-Evangelium. Und so schlugen diese Kirchenväter besonders vor, aber auch andere, also die kapadolzischen Kirchenväter. Dazu gehören Basilius von Caesarea, Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa. Sie schlugen Begrifflichkeiten vor, die sich nicht im Neuen Testament wiederfinden lassen, die aber ihrer Ansicht nach zu ihrer Zeit geeignet waren, um über Gottes Dreiheit und Einheit zu reden. Und so sagten sie, die Persönlichkeiten, das sind die Hypostasis, die fließen aber ineinander über. Und das, was ihre Einheit beschreibt, ist Usia, das ist ihr Wesen. Gleichzeitig kann man nicht denken, okay, hier ist eine Schnittmenge von den Dreien, das ist die Usia, aber jeder von ihnen drei geht aus dieser Usia, aus diesem Wesen heraus, sondern das Wesen Gottes umfasst Gott ganz. Und ich finde das so schön, wie einer, der von ihnen gesagt hat, jetzt erinnere ich mich nicht genau, wer das von den Dreien gesagt hat, weil er sagte, es fasziniert mich. Je länger ich Gott im inneren Auge betrachte, auf einmal sehe ich drei und dann verschmelzen sie sich zu einem, dann sehe ich wieder doch drei und auf einmal verschmelzen sie sich. Und er hatte sein inneres Bild so beschrieben, dass Gott eben drei und eins ist und wir Menschen haben unsere Würde zu verstehen. Und das ist das, was ich letztendlich gut finde an den Kirchenvätern, dass sie menschliche Begrifflichkeiten so gebraucht haben, um über Gott zu reden. Ja, richtig schön erklärt, dass die Dreieinigkeit wie zu verstehen ist. Und tatsächlich finde ich, dass eigentlich das, also ich würde jetzt nicht das Logische nennen, sondern dass es Sinn macht, die Trinität, wie wir in der Heiligen Schrift noch lesen, und dass die Trinität dafür die einzige Lösung ist. Wenn der Sohn Gott ist, wer mich gesehen hat und hat den Vater gesehen, dann kann ich nicht sagen, der Sohn ist nicht Gott. Aber dazu würden wir über biblische Probleme der Trinität reden. Zum Schluss würde ich ja gerne noch fragen, es gibt immer wieder die Leute, die sich bekehren oder Trinität verstehen möchten. Was für ein Beispiel würdest du diesen Leuten geben, um die Trinität einfach zu bisschen zu verstehen, wo, was ist überhaupt Trinität? Oder sprichst du einen Punkt an, da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Und ich weiß, dass es viele Erklärungen da draußen gibt, um Gottes Dreieinheit ein wenig zu veranschaulichen. Übrigens, ich spreche von nicht Dreieinigkeit, sondern Dreieinheit ganz bewusst, weil einig sind sich drei Personen, die voneinander getrennt sind. Und Dreieinheit beschreibt drei und eins besser. Deswegen spreche ich ganz bewusst von Dreieinheit. Ist übrigens kein neuer Begriff, wird auch in der Theologie zunehmend verwendet. Aber früher sprach man eher von der Dreieinigkeit. Und nochmal, auch nochmal eine andere Definitionsfrage, sowohl die Begriffe Trinität, Dreieinigkeit, Dreieinheit, Hypostasis, Usia, sie sind tatsächlich nicht in der Schrift zu finden. Und wenn jemand sagt, wo steht das in der Bibel, könnte ich kein Wort in der Bibel sagen, da steht es. Aber was ist hier geschehen? Und das ist eben der Clou, dass wir das verstehen. Es braucht menschliche und manchmal auch außerbiblische Begrifflichkeiten, um die Wahrheiten, die in der Schrift zu finden sind, zu beschreiben und zu verstehen. Diese Begrifflichkeiten sind nicht Gottes Wort, sind auch fehlerhaft, sind missverständlich. Aber, und ich denke, hier haben wir das Recht als Bibelleser, wir dürfen Begrifflichkeiten verwenden, die in der Bibel nicht zu finden sind, um über Tatsachen und Wahrheiten zu sprechen, die in der Schrift enthalten sind. Und die Lehre der Dreieinheit ist in der Schrift enthalten, nur dieser Begriff, mit dem wir das bezeichnen oder die wir wählen, die finden sich nicht wieder. Deswegen, sorry an alle, die sagen, ja, wo steht das in der Bibel, dass Gott dreieinig ist, würde ich sagen, in der ganzen Bibel. Aber den Begriff gibt es nicht. Das ist tatsächlich ein menschlicher Versuch, um über Dinge zu reden, die göttlich sind, wie Gott sich in der Schrift offenbart. Aber zurück zu den Veranstaltungen, Veranschaulichungen. Hier gibt es so Begriffe, okay, die drei Aggregatzustände vom Wasser, gasförmig, flüssig, fest. Und dann wird das versucht, auf Gott zu beziehen. Oder da gibt es noch den Vergleich mit dem Ei und so weiter. Ich glaube, all diese Versuche scheitern und sind letztendlich missverständlich, denn wir können Gott nicht veranschaulichen. Angenommen, Wasser. Wasser kann nicht alle drei Aggregatzustände gleichzeitig sein. Entweder ist es fest, flüssig oder gasförmig. Es gibt zwar Zwischenzustände, aber niemals alles drei gleichzeitig. Und Gott ist immer drei und eins gleichzeitig. Er ist niemals mehr das eine und das andere. Von daher schließe ich mich in diesem Punkt Karl Barth an, der sagte, wir können die drei Einheit mit nichts vergleichen, mit nichts darstellen. Denn alles, worauf wir zurückgreifen würden, wäre Geschöpflichkeit. Und die drei Einheit ist Gott selbst. Aber wir finden viele Spuren von der drei Einheit. Und meiner Ansicht nach ist eines der mehr geeigneteren, aber missverständlichen Vergleichen ist. Zum Beispiel, du bist Mensch, ich bin Mensch. Wir sind eine Menschheit und doch sind wir verschiedene Menschen. Dieses Beispiel brachten die kappadozischen Kirchenväter. Aber wohlbetonend, dass das nur ein Versuch ist, aber niemals die Realität innerhalb von Gott beschreiben kann. Oder mit einem Nachnamen. Ich sage zu meinem Sohn, er ist auch einer, der meinen Namen trägt, Kehler. Und wir teilen uns diesen Nachnamen, aber er ist jemand anders als ich. Und gleichzeitig sind wir doch Teil einer Familie. Das ist auch so. Und warum eher diese, ich das bevorzugen würde, weil da der Beziehungsaspekt mehr eine Rolle spielt. Und hier sehe ich, das ist eher, dass wir Gott in seiner drei Einheit mehr wahrnehmen können, wenn wir in Beziehungen denken. Nicht so sehr in Definitionen, sondern in Beziehungen. Denn Vater, Sohn und Geist sind eine ewige Beziehung zwischeneinander. Sie leben diese Beziehung zueinander. Und diese Beziehung ist so eng, dass sie niemals zu trennen ist. Und so würde ich eher aus dem Bereich Beziehungen Vergleiche heranziehen. Aber wie gesagt, sie können immer nur missverständlich sein, wenn man sie zu Ende denkt. Ja, vielen Dank. Die will inspirieren und leiten. Und da wirst du selber merken, dass die Heilige Schrift sehr eindeutig lehrt, dass wir einen Drei-Einheit-Gott haben. Und wir gehen jetzt auf den zweiten Teil. Der zweite Teil würde es um das biblische Problem der Trinität gehen. Und wenn dir diesen Video gefallen hat und wenn du gerne uns unterstützen möchtest, lass ein Abo da und guck dir den nächsten Video an. Und wir freuen uns so sehr, wenn du für uns betest und für das Projekt betest. Und vielen Dank nochmal. Amen. 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 Amen.